Du suchst eine Ausbildung in Bremen? Dann starte jetzt deine Karriere als Elektroniker für Geräte und Systeme bei Sikora. Ich zeige dir, was wir als einen Weltmarktführer für Mess- und Regeltechnik alles bieten können. Unsere offene und innovative Arbeitsatmosphäre zeichnet uns aus. Bei uns bist du geschäfts- und wertvoll. Wir unterstützen dich auf deinem Ausbildungsweg, bieten dir eine individuelle Förderung und begleiten dich bei jedem Schritt deiner Karriere. Auch nach der Ausbildung hast du die Möglichkeit, dich weiterzubilden, wie zum Beispiel zum statisch geprüften Techniker. Bei Root findest du den Raum für Kreativität und Innovation. In unserem Creative Deck kannst du in Ruhe arbeiten, egal ob du mit anderen an einem aufregenden Projekt tüftest oder dich einfach inspirieren lässt. Hier findest du den Raum, den du brauchst, um erfolgreich zu sein. Du kannst natürlich mit deinem Wissen auch zu Hause den Controller deiner Konsole reparieren. Ein Highlight ist unser Restaurant. In Ruhe Garten erwartet dich jeden Tag frisch gekochtes Mittagessen. Hier kannst du dich stärken und neue Hände eingetragen. Und das Ganze gibt's für Low. Also worauf wartest du noch? Mach's für deine Zukunft und werde Teil unseres Teams. Bewirb dich jetzt für die Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme bei Sikora. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.